Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr geh'n. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wo ist denn die realste Seite von Deutschland? Hier, hier, hier. Wer hat die geilste Crowd in Deutschland? Hier, hier, hier. So sieht's aus Deutschland, wir haben sie jetzt am Start. Mach One, er hat so'n richtig geiles Album. Ich schwör's euch, das müsst ihr euch holen. Und hier ist ein Artist Feature. Los geht's! Achtung, Achtung, alle mal ganz kurz, leise bitte. Hier kommt Mach One, der Erfinder der Schweinegrippe. Alle Hände hoch, Baby. Da ist er wieder, dieser kranke Berliner Wichser. Das ist kein Korn. Das ist ein dampfender Benzinkarnister. Sind das noch Hände, wenn mit's auf dem Mittelfinger jeder Finger abgetrennt ist? Sack, wer macht die Tränen mit? Du kennst mich, ich scherze, guck, ich habe meine Finger noch, doch. Mein Behn ist wie enthös, wahrscheinlich steckt er immer noch in deinem besten Track. Oder am Rap-Geschäft, oder schon wieder in deiner Mama. Mach mal Gangster-Rap, ich disso und bespuck die Fans, bis ich ne Kugelsichere Wesse auf die 50 Cent. Wenn's größt war, aber solcher Rap ist scheiße. Nur ich alleine kann ihn retten, echt nicht weiße. Auf meinem letzten Trip hatte ich eine Erscheinung, Jim Morrison. Er hat auf mich gezeigt und meint, ich sei der eine. Auserwählte für Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Versteht ihr? Weisheit, ich muss Rap aus der Kacke holen. Der Auserwählte ist gekommen. Wenn nicht rettet jemand Hip-Hop, die schlacht ist gewonnen. Der Auserwählte ist gekommen. Wenn nicht rettet jemand Hip-Hop, die schlacht ist gewonnen. Ich bin Mark Juan und ich werde Hip-Hop aus der Kacke holen. Die 5 Elemente, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Yeah! Wir sollen nicht... Ich glaub, die sind mit dem Computer verbündet. Was soll ich machen? Ich bring einfach raus, was da drin ist. Ich find es meistens selbst auch geschmacklos und fies. Also fickt euch, ihr Wichser, ihr könnt mich mal bies. Der Arzt fragt den Wachmann, wer gab dir den Flachmanns an? Oh, das war ganz bestimmt, Mama. Die Schwester steht grinsend am Fenster und winkt einem Namen. Oh, das war ganz bestimmt, Mama. Die Zeitungen schreiben von einem, der gestern kam. Oh, das war ganz bestimmt, Mama. Weil die Nachbarn brennt Licht, die sind eigentlich grad gar nicht da. Oh, das war ganz bestimmt, Mama. Komm in unsere Bewegung, wir sind grundlos dagegen und regen uns über alles und jeden auf. Scheiß-Hater! Ich klebe meine Schuhe aufs Weißgast-Raketen und fahr' nach Darmstadt um der Welt in den Arsch zu treten. Lass uns vom harten Leben auf den Straßen reden und ganz schön hart, wahr? Ah, auf jeden! Ist das das Game? Ich riech' Ärger! Wie kommt der Spielverderber? Informiert, die Wärter schützt, Weib und Kind. Mach uns frei und höchst ansteckend. Geistlich behindert, der geistige Zieson von Kurt Cobain. Wie kann man dreißig mal schießen und sein Hirn verfehlen? Ich hab keins und brauch keins. Ich hab'n Bravo-Abo. Apropos Bravo, da war'n wir machen, na Bravo-Abo. Wo soll das hinfühlen? Denkt doch mal nach, bitte mach' one'n Spritz im Arm, als Bravo-Star schnell. Kommt schon, wo seid ihr? A-Henno-Hoch-Berlin! Ja, es fragt den Bachmann, wer kann dir den Bachmann sagen? Oh, das war ganz bestimmt mach' one. Die Schwester steht grinsend am Fenster und fängt einem nach. Oh, das war ganz bestimmt mach' one. Die Zeitungen schreiben von einem, der gestern in Kao. Oh, das war ganz bestimmt mach' one. Weil die Nachbarn brennt Licht, die sind eigentlich grad gar nicht da. Oh, das war ganz bestimmt mach' one. Medizinschrank und Hausbar sind restlos geplündert. Oh, das war ganz bestimmt mach' one. Schür! Berlin! Ihr werdet das nicht. Wollt ihr noch einen haben? Alle Hände hoch! Ich bleib draußen. Ich bleib draußen. Ich bleib draußen. Ich bleib draußen. Ihr kriegt mich nicht. Mama hat immer gesagt, wart mal ab, bist du Kinderst? Dann kriegst du alles wieder. Du kleiner Behinderter. Gut nicht wortwörtlich, aber so ähnlich war's. Und ich saß auf der Straße rum, weinend vom Tränengas. Mein größter Fehler war's, mit fünf kein Alp zu trinken. Ich wär inzwischen so schön verblödet, wie alle hier behinderten. Du Kackolle. Viel zu kleiner Fernseher. Ihr Scheißschuppenschlauz, ihr Drecksgörn. Papa will eher DL2 gucken. Machi wurde ins Chef und im Bullen gejagt. Hat uns in der Zimmer voller junger Kunden für Gras. Hatte immer mal wieder kummervolle Stunden im Klass. Man würd ja auch heute noch sagen, dass es wundervoll war. Sie haben mich angezeigt. Sie haben nach mir gefandelt. Haben mich abgehört. Mich grün und blau geschlagen. Haben am Ende sogar noch versucht, mich zu kaufen. Aber nicht. Ich bin frei. Ich bin immer noch draußen. Ich hab lauter rumgebeten. Sperrt mich ein. Doch hier steh ich nur und predige bei Kerzenschein. Im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft. Sperrt ihn ein. Sperrt mich ein. Nein, hier steh ich nur und predige bei Kerzenschein. Im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft. Sperrt ihn ein. Sperrt ihn ein. Ich hab nur Scheiß gebaut. Wird mein Kind wie ich. Oliver Twist. Viel Spaß im Waisenhaus. Sechs Jahre Bewährung. Bis heute ohne Widerruf. Abwarten. Da kam grad ein Brieferhaus. Friedensbuch. Ich hab alles gesehen. Von Moabit bis nach Stadelheim. Keine zehn Pferde kriegen mich heute nochmal da rein. Am Ende des Tunnels ist Licht. Ein Bewegungsmelder. Mein bester Freund ist mein Bewährungshelfer. Ein Norbert. Ich hasse meinen Briefkasten. Und geh in Deckung als wär der verdammte Brief. Steht seine Schießschatte. Oh suck. Garantiert. Ein paar Dinge peil ich nicht. Wieso darf ich nicht auf Wodka randalieren, den man bei ID kriegt? Wieso dürfen nicht die Bullen verprügeln? Und wieso heißt es trotz Augenzeugen und Fotos? Wie in Ruhe leben. Als Füße still halten. Nicht auffallen. Immer alles abnicken. Streit schön raushalten. Hände schütteln. Schulterklopfen. Nur nicht die Faustballen. Okay, wenn du dir einen wichst, geht das auch mal. Ich hab laut darum gebeten. Sperrt mich ein. Doch hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein. Im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft. Sperrt ihn ein. Sperrt mich ein. Nein, hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein. Im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft. Sperrt ihn ein. Ich hab mich eine Zeit gefahren. Hab mich abgehört. Hab mich grün und blau geschlagen. Hab am Ende sogar noch versucht mich zu kaufen. Mal nichts, ich bin frei. Ich bin immer laut draußen. Ich hab laut darum gebeten. Sperrt mich ein. Nein, hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein. Im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft. Sperrt ihn ein. Sperrt ihn ein. Sperrt mich ein. Nein, hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein. Im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft. Sperrt ihn ein. Sperrt ihn ein. Oh! Mach mal ein bisschen dafür! Mach one man! Diggy! Mann ey! Ganz ehrlich, ich hab mich eigentlich voll drauf gefreut, hier noch über Rap am Mittwoch früher an der Uferfabrik zu reden und so. Aber die Zeit ist knapp, Alter. Die Zeit ist knapp, aber das kannst du gerne jetzt noch so 30 Sekunden machen. Ey, ganz ehrlich. Der Junge, Kinski, wir haben damals wirklich zu siebten in der Runde gestanden. Eine Kiste Bier, kleiner Kellerraum, Uferfabrik. Es war immer eine heiße Session, aber dass das mal so aussieht, hätte keiner gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, Alter. Mama, richtig leer für Mach one man! Yo! Ich sage Mach, ihr sagt one! Mach! 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 Ich sage Meisterstück, ihr sagt zwei! Meisterstück! 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 Ich sage kaufen, ihr fragt wann? Kaufen! 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 Wann! Wann? Jetzt! So sieht's aus, Alter! Zwei meiner 13. Persönlichkeiten meinen, ich sei verrückt. Sie lügen. Ich bin zurück wie damals. Ja, ich bin zurückgeblieben. Christoph, wer ist das? Ich stech den scheiß Wichser nieder. Ich bring mich um und ihr schreit. Nein, nicht schon wieder. Gott, wie hart hab ich mich weggeschossen seit der Zeit im letzten Loch. Wart mal, vielleicht leb ich noch. Ich glaub ich viel Elektroshow. Der Schwester klopft und sagt, sie werden weggeschlossen schlicht im Schach.